So, willkommen zu einem neuen Video. Heute bei Martin. Wir sitzen gerade in seinem Zockerzimmer, weil irgendwie kommt da die richtige Atmosphäre auf, um über vergangene Zeiten zu reden. Ja, das ist das Krankheitsschema eigentlich. Alles, was an die Kindheit erinnert, ist irgendwie einfach immer cool. Ja. Ja. Du bist eigentlich Mechaniker auch. Ich war mal Mechaniker. Und hast da relativ schnell die Leidenschaft zum Altblech entdeckt oder? Von Anfang an. Also, was wirklich so der ausschlaggebende Punkt bei mir war, war meine Mama hat mal neun Jahre in der Dominikanischen Republik gewohnt. Ach ja? Und die hat damals einen Chevrolet Caprice gefahren. Cool. Also, so einen eckigen, kantigen, riesen Ami. Mhm. Total schlechter Zustand, brutal, richtig grausam, schlechtes Auto eigentlich. Aber ich habe dieses Auto geliebt, die Form einfach von dem Auto, weißt? Mhm. Das eckige, große, übertrieben, schiffige irgendwie, das war, das hat mich sofort kappt irgendwie. Und das war das erste Auto, mit dem ich jemals gefahren bin. Da bin ich mit 16, bin ich das erste meiner dominikanischen Auto gefahren. Das war das erste Auto, mit dem ich wirklich gefahren bin. Und wir haben so einen Spaß mit dem Auto gehabt und seitdem habe ich immer gesagt, ich will ein Ami. Ich will ein Ami. Für mich gibt es nur ein Ami, ich will ein Ami. Und sowieso, also alte Autos, keine Ahnung, das ist, glaube ich, so eine Grundeinstellungssache. Entweder magst du alte Autos oder du magst neue Autos. Ich mochte immer gerade Linien, klare, eckige Kanten. Das war immer meins, diese Runden und das hat mir nie so gefallen. Und zu dem Charakter einfach noch. Genau, genau. Aber war der erste, der erste, als Auto dann ein Ami? Oder? Also mein, mein allererstes Auto war 80er B3, eben ein Rüdiger. Tatsächlich. Der Rüdiger ist ja 80er B3, der in der Werft dasteht. Genau. Da kommen wir noch einen dazu. Und dann tatsächlich nach neun Monaten, also ich habe schon immer sehr schnell, sehr häufig die Autos gewechselt, habe immer recht schnell das Interesse verloren. Wenn ich was hatte, hatte ich es abgehakt und dann war das gut für mich. Mein erstes älteres Auto dann, der auch tatsächlich älter wie ich war, war tatsächlich dann schon mein zweites Auto. Und das war ein Audi 90 B2 Limousine, 5 Zylinder KV 136 PS. Die er wahrscheinlich irgendwie gehabt hat, aber ist egal. Nicht mehr, mit Sicherheit nicht, ne. Aber das war mein erstes älteres Auto tatsächlich. Und der erste Amerikaner ist dann Womkommer? Den ersten Ami konnte ich mir kaufen, da war ich 20. Da habe ich mir einen Cadillac Coupe de Ville Baujahr 79 gekauft, den ich nie gefahren habe. Okay. Weil ich habe den gekauft, für ganz kleines Geld, abgeholt, das Ding lief nicht vernünftig und der Rahmen war eigentlich fast komplett weg. Also es war eigentlich nichts mehr da. Das heißt, ich habe den nur gesehen, der war super günstig, habe den gekauft, habe ihn geholt, habe ihn dann einmal durchgeschaut und dann habe ich eigentlich schon gesagt, alles klar, die Bude kannst du nur wegschmeißen. Und der erste, den ich gefahren habe, war dann ein halbes Jahr später, war ein Lincoln Town Car, auch Baujahr 79, Viertürer, damals sauber schön, Federn vorne abgeschnitten, weißt, flachere Reifen drauf gemacht. War auch super schlecht vom Zustand her, aber den konnte ich durch den TÜV boxen und das war der erste Ami, den ich selber gefahren habe. Und dann hast du gemerkt, ey, da fährt vor dir ein Porsche und hinter dir, weiß ich nicht, ein dicker Benz oder so durch die Stadt. Und du fährst mit deinem 1800 Euro Lincoln Arschlochbude Scheißhaufen Auto durch die Stadt und keiner interessiert sich für den Vorhand hinter dir. Du bist einfach, du wirst beachtet. Und das hat jeder, der so, der was mit Autos macht, der solche Autos fährt und der die Autos umbaut und tunet und herrichtet und putzt, jeder will das ein Stück weit zumindest, will er bemerkt werden, sage ich mal. Vielleicht nicht bewundert. So ein Stück Anerkennung, wie du das gemacht hast, einfach, ja. Ich supporte das schon, dass man das hauptsächlich für sich macht. Viele Sachen machst du für dich, weil du weißt auch genau, die Kohle kriege ich nie wieder und so. Dann ist es wirklich ein Stück weit Ideologie, aber jeder will auch Anerkennung dafür haben, das ist einfach so. Auch wenn es viele nicht zugeben würden, ist aber so. Du freust dich, wenn die Kinder am Straßenrand stehen, so. Genau. Ein Monstertruck. Das findest du geil, das willst du haben. Aber es waren nicht nur Amis bei dir, oder? Oder war es immer so? Also ich bin extrem, extrem markenoffen. Ich finde sehr, sehr viele Autos wirklich cool. Und es gibt auch so eine ganz, ganz lange Liste mit Autos einfach, wo ich echt immer sage, so etwas will ich noch mal gehabt haben und so etwas will ich noch mal gehabt haben. Da ist alles dabei. Viel habe ich schon geschafft, viel fehlt noch. Ich habe schon mehr geschafft, als noch fehlt, glaube ich. Aber man muss halt auch realistisch bleiben irgendwo. Ja, das zeigt mir nicht viel. Man muss ja echt sagen, das wird ja stetig teurer. Also ist ja egal was. Und mittlerweile wird eigentlich alles, was haarfähig ist, wird ja da wie Gold gehandelt. Peugeot 205, beste Beispiel. Das Wagen, den habe ich als Winterauto gefahren mit 19. Mit 110 PS, so einen GTI, so einen kleinen GTI. Mein Gott, da wird es dir heute zehn Finger nachlegen nach dem Ding. Absolut. Weil der kostet heute, der hat damals, weiß ich nicht, 150 Euro gekostet. Weil er eben keiner haben wollte. Ja, genau. Denn heute, das war absolut, was willst du mit dem Dreck? Ja, eben. Scheiß Auto. Aber gut, man muss auch sagen, damals war halt das auch einfach nur ein gebrauchtes Auto. Richtig. Das war ja, heute ist das ein Oldtimer, ist 30 Jahre alt, ist irgendwo Kult geworden. Aber damals war das einfach nur ein zehn Jahre alter schlechter gebrauchter. Mehr war das ja nicht. Und das sind ja viele, viele Sachen, die damals so Verbrauchsautos waren. Die siehst du ja heute fast gar nicht mehr. Überleg mal, in 30, warum der Markt so teuer geworden ist. Wenn sich jeder gewusst hätte, dann wäre der Markt heute nicht so. Das ist richtig, ja. Gut, wenn man es gewusst hätte, dann hätte man aber auch nicht so viel Spaß gehabt, glaube ich. Nee. Weil dann hätte man das Zeug gar nicht so hergenommen. Nee. Aber jetzt, warum musst du eigentlich jetzt, nehmen wir das immer als beste Beispiel, immer eskalieren und übertreiben? Ich nenne es uns mal, nein, nimm es mal einfach, eskalieren, nicht übertreiben, es ist ja geil. Aber warum? Boah, warum? Ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich, dass ich mir früher ganz viel nicht leisten konnte, wo ich Bock drauf gehabt hätte. Also ich bin sehr früh daheim ausgezogen. Ich habe relativ wenig finanzielle Unterstützung gekriegt von zu Hause, ab da, wo ich angefangen habe zu lernen. Ich habe ziemlich schnell eine eigene Wohnung halt dann gehabt, wo ich auch relativ auf mich gestellt war. Ich bin ziemlich früh Papa geworden. Mhm. Okay. Das heißt, ich war eigentlich immer damit beschäftigt, irgendwie aus irgendeinem Loch die Kohle zu ziehen, womit ich ein anderes Loch stopfen kann. Und alles, wo ich so Bock drauf hatte, zwischen, ich sage jetzt einfach mal, 18 und 25, alles, wo ich so Bock drauf hatte, das ging halt nicht. Und wenn ich jetzt Bock auf irgendwas habe, dann kaufe ich es mir, wenn ich kann. Also ich habe mittlerweile gelernt, kein Geld auszugeben, was ich nicht habe. Das habe ich früher immer gemacht, kommt ja noch bla bla bla, vergiss es, funktioniert nicht, fällt dir auf die Füße. Aber wenn ich Geld habe und ich habe Bock auf irgendwas, dann kaufe ich es mir. Heute, gestern, nicht in drei Monaten vielleicht mal gucken. Es gibt ja Leute, die gehen nach dem Prinzip vor, ja das bilde ich mir jetzt ein, jetzt warte ich mal ab, wenn ich in drei Wochen noch Bock drauf habe, dann gucke ich es mir mal an und dann kaufe ich es mir vielleicht. Nein, Alter, nein. Ich habe da heute Bock drauf, dann kaufe ich es morgen. Wenn ich in drei Wochen keinen Bock mehr drauf habe, dann verkaufe ich es wieder. Das ist das Gleiche, wenn man sich ein Auto anschauen fährt, man hat das Geld immer dabei, weil man fährt nicht einfach mal schauen, weil wenn man mal schauen fährt, dann hat man ja Absichten. Genau. Und dann habe ich die Kohle in der Tasche, was ich bereit bin, dafür zu zeigen. Genau, entweder kriegst du es oder nicht. Genau, das ist, ja. Ja, und so ist es bei Autos eben auch. Also meine Interessen wechseln relativ schnell, aber grundsätzlich gefällt mir heute ein Auto für 40.000 Euro zu haben und in drei Wochen kann es aber sein, dass ich wieder Bock habe, zehn Autos für je 4.000 Euro zu haben. Das ist so phasenweise. Ja, wie schaut es aus? Schauen wir mal in den Werkstatt runter. Fremdlich? Passt. So, wir sind jetzt in der Werkstatt. Erstmal Bier aufreißen. Sieht fast nicht aus wie eine Werkstatt, die Ecke hier, glaube ich. Nee, irgendwie nicht. Das wollen wir uns mal drehen. Da steht der Rüdiger. Gehört deiner Frau, hast du gesagt? Rüdiger gehört meiner Frau. Ja. Habe ich nichts zu melden, das ist das Auto meiner Frau. Aber du hast viel Geld reingesteckt, oder beziehungsweise mehr Zeit und natürlich auch Geld. Viel Arbeit, viel Arbeit, ja. Kauft als absolutes Wrack für 400 Euro, aber 120.000 Kilometer, zehn Jahre in der Wiese gestanden, untenrum alles kaputt. Alles durchgerostet, alles festgegammelt. Also haben wir fast nicht auf den Hänger gekriegt damals. Und dann hat sich meine Frau den ausgesucht, hat das erste Mal das Auto gesehen und hat gesagt, das ist mein Rüdiger. Und dann habe ich ihn halt so gemacht, wie man halt das Auto für die Frau macht. Alles einmal auf links gedreht, alles perfekt gemacht, alles neu gemacht. Sie ist am Anfang einmal stehen geblieben, weil die Tankanzeige nicht richtig ging. Okay. Und seitdem, das ist ein Trauma für die, ein Lebenstrauma, wirklich. Wenn die Tankanzeige kurz vor Reserve ist, dann muss diese Frau tanken, ja. Also nicht so wie du und ich, die das ausnutzen, so nach dem Motto, ja, da ist noch ein Millimeter, bis dahin werde ich schon noch kommen. Vergiss es. Der Tank ist Viertel, wir müssen zehn Kilometer fahren. Nein, ich muss erst tanken. Absolutes Lebenstrauma. Also, Auto von der Frau muss immer passen. Ja, aber das ist eins der wenigen Fahrzeuge, die wahrscheinlich niemals verkauft werden. Ja, man hat eine gewisse Bindung zu manchen Sachen einfach, ja. Das ist halt einfach so. Da kommt man auch nicht raus aus seiner Haut. Das ist so. Nein, das war für Bella ihr erstes altes Auto. Also das erste alte Auto, mit dem sie jemals gefahren ist, der steht drüben, den werden wir gleich noch sehen. Das ist der Klaus. Der Klaus. Ja, und das ist Bellas erstes eigenes altes Auto. Und da habe ich auch wirklich absolut keine Anhabe drüber. Also selbst wenn ich sagen würde, wir müssen Rüdiger verkaufen, kannst du vergessen. Keine Chance. Niemals. Die wird das Auto niemals verkaufen. Und du hast vorhin schon gesagt, warum du eigentlich mit den Oldtimer, also was mit ein Grund war, nicht nur ein cooles Faktor. Ja. Also angefangen habe ich tatsächlich mit knapp 20 bin ich dann wirklich so fast ausschließlich auf Oldtimer gegangen. Weil wir haben ein Alltagsauto gehabt, das war damals immer ein Passat, ein 35i. Und wir haben aber ein zweites Auto gebraucht. Aber wenn du keine niedrige Versicherung irgendwo her hast, dann kostet ein zweites Auto in der Versicherung Unterhalt, Steuerversicherung immer fast ein Tausender im Jahr. Und das war uns einfach zu viel Grund, das konnten wir uns nicht leisten. Und dann habe ich damals angefangen, Mercedes W116 S-Klassen zu kaufen. Für damals 500 Euro, drei Bleche reinzuschweißen, zwei Federn zu machen, ein Zündmodul reinzumachen, Haar drauf, zack, bumm, zweites Alltagsauto für 1500 Euro mit Style. Ist absolut unvorstellbar, heizt sowas nur für das Geld zum kriegen. Wahnsinn. Da hatte ich ohne Schmarrn, da hatte ich bestimmt, also ohne zu übertreiben, acht Stück von. Alle Motorisierung, alle Karosserieformen, SEL, kurz, 280er natürlich haufenweise, ein mit Gasanlage. Ist aber heute A-Porno, das Modell. Ist geil, ist mega geil. Absolut. Geht nur Automatik, Schalter kannst du vergessen. Ein Benz sowieso, Schaltgetriebe im Benz ist eine Sünde, es geht gar nicht. Fährt auch scheiße, ist einfach so. Aber das waren damals einfach, ich mochte immer große Autos, weißt, immer. Also ich bin nie der Golf-Typ gewesen oder so. Ich wollte immer so viele Autos wie möglich um mich herum haben. Und so ein Benz war einfach Chef. Da hat sich da quasi so angeboten. Aufgezwangtungen, ja, genau. Ne, da hast du damals auch Federn abgeschnitten, hast 15 Zoll drauf gemacht mit ein bisschen flacheren Reifen. Da war das Ding tief, breit, Bude, absolut geil. Und ich habe das damals auch schon gefeiert, weil das ja, das war für die älteren Leute, war das das Auto, was ihr Chef mal gefahren hat oder so. Dann steigt da so ein 19-jähriger tätowierter Bastard im Unterhemd aus der Karre, aus der er am Boden schleift, wo unten aus den Türen schon der Rost rausfällt, weißt du? Also dieser Kontrast, das habe ich damals schon richtig geil gemacht. Das komplette Weltbild zerstört innerhalb von Sekunden. Genau, das hat mir damals schon echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Musik Haben wir hier einen 62er Cadillac, in schwarz. Fleetwood 75 Limousine. Ohne Trennscheibe. Ohne Trennscheibe. Das ist, wenn du lästige Kinder hast oder so, ist eine Trennscheibe vielleicht gar nicht so schlecht. Gar nicht so unpraktisch. Ja, ja, ja. Aber haben wir nicht. Von daher brauchen wir nicht. Kein Problem brauchen wir auch nicht. Genau. Das ist ein ziemlich cooles Auto. Die Heckflossen sind halt echt der Wahnsinn gewesen eigentlich damals. Nur der 62er hat diese Double-Fin heißt das, also quasi die nach oben und die Kleinen nochmal zur Seite. Daran erkennst du eigentlich einen 62er. Der 61er sind die hier ein bisschen höher, aber unten die Flares gerade. Na, wieder was klären, schau. Ja. Und was bei der Limousine praktisch war, der hat noch die komplette Dachlinie und auch die Trennscheibe vom 59er Modell. Also die Panorama Windschutzscheibe, weil die mit dem höheren Dach für die Limousine haben die praktisch die Windschutzscheibe noch übernommen. Geiler Scheiß. Allein die Wölbung von der Scheibe, das ist ja... Das ist ja sehr genau. Wenn du da mit Schwung mal einsteigst, oder? Dann hast du das Knie an. Ich wollte gerade sagen, jeder kennt das, hat sich bestimmt schon mal das Knie angehaut und dann... Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja. Was geil ist, Baujahr 62 und Lichtautomatik. Richtig. Funktioniert die noch? Nein. Nicht. Im Endeffekt, also meines Wissens, ist das ja eigentlich nur eine Fotozelle, die da drin ist. Die unterscheidet, ob hell oder dunkel. Und dementsprechend... Das Problem ist, die ganze Steuerung davon, die ist hier in der Säule drin. Und das sieht aus, wenn du das aufmachst, wie ein Röhrenradio. Da sind solche, diese glimmenden Glühbirnen drin, wie in einem Röhrenradio. Und du findest niemanden mehr, der dir das noch zum Laufen bringt. Okay. Und ich musste auch für die TÜV-Umrüstung tatsächlich... Das ist das einzige, was gepfuscht ist, musste ich einen Fernlichtschalter extra nochmal einbauen und das überbrücken, weil das Fernlichtteil einfach nicht mehr anging. Also das war das einzige, wo ich in die Elektrik eingreifen musste, weil das einer von den ganz seltenen Fällen ist, wo noch nicht 10 Leute am Kabelbaum gepfuscht haben. Jetzt war ich der Erste. Aber du musst es irgendwie umgehen, was willst du machen? Das klingt nicht anders. Was hat der sonst an Ausstattung? Elektrische Fensterheber? Der hat elektrische Fensterheber vorne und hinten, elektrische Sitzbank, Klimaanlage, Autronic Eye heißt das Ding. Hat vorne Kurvenlicht praktisch, Abbiegelicht, also wenn du Licht an hast, machst du ein Blickerrennen, dann gehen die Lampen meiner Seite an. Hat acht eingetragene Sitzplätze, hat quasi hinten Noten drin, die du einfach hintertapfen kannst. Geil. Wahnsinn. Leckt mich doch am Arsch, Alter, ist das geil. Klimaanlage natürlich. Man muss wirklich sagen, die Amis waren ja damals ihrer Zeit weit voraus. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das in Deutschland erst so spät angeleiert wurde. Natürlich sind das übertrieben riesige Autos, die kein Mensch braucht. Aber nur von der Ausstattung her, was damals Standard war. Was auch schon möglich war, muss man ja sagen. Ja, was ganz ewig gedauert hat, bis das kam, eine Klimaanlage in einem deutschen Auto. Du, früh ist der, sag ich mal, wo das einigermaßen bezahlbar und vernünftig wurde, Ende der 80er. Ey, das hatten die in den frühen 60ern. Das ist Wahnsinn. Dann kannst du zum Beispiel auch, der Chefplatz ist hinten rechts, weil von hier aus kannst du die Klimaanlage, die Heizung und das Radio bedienen. Geiler Scheiß. Ein einziges Manko hinten, ein bisschen Wassereinbruch mal gehabt. Ja. Aber, ja. Das ist auch, wenn er lange im Regen steht, dann läuft es hier hinten irgendwo rein. Das ist das einzige, was tatsächlich noch akut ist. Es gibt diesen Himmel aber noch neu. Ist finanziell auch machbar. Aber willst du den einbauen? Ich glaube nicht. Richtig, das glaube ich nämlich auch. Weil der Aufwand ist schon... Aber du kannst dich halt hier echt ausstecken, ne? Also... El presidente. Platzprobleme gibt es jetzt hier nicht so richtig. Nicht wirklich. Wäre das perfekte Hochzeitsauto gewesen in Corona-Zeiten, weil anderthalb Meter Abstand... Genau. Kein Thema. Ja, oder wer seine Frau nicht mag. Ist auch gut. Also, geht auch. Fahr ab nach hinten, du bleibst vorne, schön weit weg. Genau. Im besten Fall, wie wir schon gesagt haben, Trennscheibe mit dazu, dann machst du keine Probleme mehr, dann ist Ruhe. Dann hast du deine Ruhe, genau. Das ist sehr gut. Ja, was ich gemacht habe, ist, ich habe den gekauft ohne deutsche Zulassung, also frisch importiert. Die ganz normale Umrüstung, die du immer machen musst, also Scheinwerfer, Warnblinker, KMH-Zahlen im Tacho, das Zeug halt. Frag ich dir nochmal einen Rabeneinschlag und so Quatsch, alles. Und was ich unbedingt haben wollte, sind diese White Walls. Ja. Die White Walls rein. Unverschämt teuer. Gibt aber keine Alternative. Wenn du sie haben willst, dann musst du sie kaufen. Was halt bei seinem schwarzen Cadillac immer noch geil ist, ein Kumpel von mir hat auch einen, 65er. Der hat einen Air Ride drin. Und wenn die riesen langen Dinger dann am Boden liegen, das schaut so geil aus. Das streckt den dann einfach noch mehr. Also Air Ride hier drin, ich meine das Auto ist 6,15 Meter lang. Wenn da ein Air Ride drin wäre. Das ist halt schon Porno. Richtig geil. Das wäre schon ein Endler. Ja. Das wäre schon richtig geil. Aber da uns das Auto nicht lange begleiten wird und sich original immer besser verkauft. Ja. Eigentlich schade. Aber. Ja. Du bist ja schon so eine Autoschlampe. Danke. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin voll die Autoschlampe. Bis auf ganz wenige Ausnahmen bin ich die größte Autoschlampe, die rumläuft ohne Schmarrn. Also. Es ist ja gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ja. Es ist aber so. Braucht man auch nicht widersprechen. Das ist einfach so. Da haben sie früher schon immer ihre Witze gemacht. Ja, hast du ja eh nicht lange, hast du eh nicht lange. Ja. Stimmt. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn du, wenn andere versuchen dir das aufzudiktieren, dass du jedes Auto lieben musst und für immer behalten musst. Das finde ich, muss man einfach nicht. Ne. Muss man nicht. Ich verstehe das auch. Ich habe, ich im Gegenzug habe da gar kein Problem damit. Wenn einer für sich das eine Auto hat und das schon viermal restauriert hat und viermal umgebaut hat und das für immer behalten will, dann ist das cool. Dann soll der das machen. Aber dann soll der mich nicht anmeckern, weil ich mir jedes Jahr zwei andere kaufe. Soll doch jeder machen, wie er will. Ja. Hast du absolut recht. Am Motor habe ich noch ein bisschen was machen müssen. Leider, das war auch nicht ganz so ein Biko, wie ich mir das vorgestellt hätte. Da war die Servopumpe im Eimer und Ventilschaftdichtung habe ich gemacht. Und Ventildeckeldichtung, die musste ich leider mit Silikon reinkleben, weil die Ventildeckel sind so schief, das kriegst du nie wieder dicht. Und neue Ventildeckel kaufen für einen Cadillac. Es ist ja generell Cadillac-Teilebeschaffung ist ja schon Ding-Done-Möglichkeiten. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also es ist für einen Ami ja nie einfach, aber für einen Cadillac drei Packungen drauf. Also ist ganz schlimm. Ich wollte tatsächlich dieses Jahr unbedingt einen Cadillac haben. Ich habe dafür auch ein paar andere Autos verkauft und war nicht das Modell konkret geplant, aber wir waren dann bei einem Kumpel und haben uns eigentlich einen AMC Pacer für meinen Dad angeguckt. Echt, oder? Ja. Das ist Spaßmobil. Der war aber brutal schlecht. Und da stand der in der Ecke und ich kannte das Auto von Bildern und fand den auf Bildern eigentlich scheiße, weil ich finde, auf Bildern wirkt das Dach so hoch. Ja. Was aber in live mit den Proportionen überhaupt nicht so aussieht, finde ich. In live ist das völlig in Ordnung. Und dann stand der da in der Ecke und hab ich das Auto so gesehen und hab gesagt, fuck, der ist ja geil. Warum ist der ja geil, weißt? Und dann, ja, willst du dich mal reinsetzen? Nee. Ja komm, ja, ich setz mich rein. Ja, toll, ja, ist auch innen geil und so. Okay, cool. Ja, willst du mal fahren? Nein. Ja komm, lass mich fahren. Und dann warst du nicht vorbei, weißt, dann hab ich gesagt, ja, fang keinen holen. Eigentlich wollte ich irgendwie, ja, ich wollte halt wieder einen Caddy haben. Ich hatte schon mal einen 62er, Viertürer auch ohne B-Säule. Und wollte halt irgendwie mal wieder so einen Caddy einfach haben. Weißt du eigentlich, warum die ganzen Gangster immer Viertürer ohne B-Säule fahren? Nein. Damit sie beim Drive-By-Shooting nichts im Weg haben. Ja, wir müssen da hinten aufschießen. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Ja, die Limousine ist halt nur so. Der ist einfach zu lang für keinen W-Säule. Das funktioniert einfach nicht, denke ich. Und der hat ja auch die Türen beim Normalen hören ja hier schon auf. Und der hat ja hier noch diese Erhöhung dran, die quasi ins Dach eingeht. Das hat der Normale ja auch nicht. Ja. Damit du halt mit Zylinder angenehm Platz nehmen kannst. Klaus habe ich gekauft. Also ich habe in meinem Leben schon zweimal wieder von so ziemlich null angefangen tatsächlich. Weil wenn was in die Brüche geht, neige ich immer dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und einfach alles liegen zu lassen und zu gehen so. Okay. Und das war das erste Auto, den habe ich gekauft. Da war ich in Vietnam. Und in Vietnam war das Auto quasi auf Kleinanzeigen in Deutschland inseriert. Erst für 2.000 Euro, dann für 1.500 Euro und dann ging er runter auf 1.000 Euro. Und dann habe ich einen Kumpel in München angerufen und habe gesagt, Alter, egal wie du es machst, bitte fahr da hin und hol dieses Auto. Weil für ein Tausender so schlecht kann der gar nicht sein, dass er das Geld nicht wert ist. Weil ich hatte schon mal so einen, in der gleichen Farbe sogar, aber in grottig schlechtem Zustand und ich habe das Auto eigentlich echt geliebt. Aber irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht, also verkauft. Und das ist tatsächlich das erste alte Auto, mit dem meine Frau jemals gefahren ist. Und auch das erste Auto, was wir zusammen abgeholt haben und was wir dann so geputzt und fertig gemacht. Und die ersten Ausfahrten gemacht und so. Und so, wo ich sie eigentlich mitgenommen habe auf diese Alt-Auto-Schiene, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist das, wenn wir nichts mehr zu essen haben und alles vor die Hunde geht, wird das hier das letzte Fahrzeug sein, das hier steht, das uns bleibt. Das ist ein 1.6er Turbodiesel, 70 PS. Okay. Also noch ein richtiger, schöner Nageldiesel. Hat gute 200.000 Kilometer drauf, was ja eigentlich jetzt nicht die Welt ist. Er ist ja auch nicht mal besonders gut oder so, weißt du? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, der ist so super, ein Passat in dem Zustand kriege ich nie wieder. Ist ja Schwachsinn. Der ist nicht super gut. Aber da ist einfach... Wobei, der Lack ist eigentlich für Rot und für das Euter. Der wird einmal im Jahr poliert, das musst du auch machen, weil ansonsten fangen alle Stellen wieder an. Aber wenn du den einmal im Jahr runter polierst, man darf es gar nicht polieren, denn runter wichsen mit Lackreiniger nenne ich es einfach mal. Ja. Dann glänzt der. Dann ist der schön. Dann waren die Sitze natürlich im Arsch. Ja, gut. Klar. Du, was bleibt dann anders übrig? Was? Du kriegst ja keine guten Originalen. Nein. Und die lagen halt noch rum. Zwangsläufig. Du musst du auf Recarus umsteigen. Das Armaturenbrett war volle Kanone gerissen. Das haben wir auch umgebaut. Ich hab'n Kumpel noch eins gekriegt. Achstechnisch war alles im Arsch. Als wir ihn gekriegt haben, hat er geklungen wie ein Zug, weil die Radlager alle im Arsch waren. Und dann haben wir erstmal eine Saison nur das Nötigste gemacht und gefahren. Und dann haben wir gesagt, okay der bleibt. Und dann habe ich alles gemacht. Alles. 40er H&R Federn. Komplette Achse vorne hinten. Alles komplett überholt. Die Felgen habe ich mir dann machen lassen. Das sind umgeschweißte Stahlfelgen. Original 7x15. Im Außenbett 1 Zoll verbreitert. Und zweifarbig gepulvert. Haben wie gesagt fast so viel gekostet wie BBS. Aber BBS fährt jeder. Wollte ich halt dann nicht. Zumindest hier nicht. Ich habe grundsätzlich nichts gegen BBS. Aber hier wollte ich irgendwas anderes haben einfach. Wir fahren ihn jetzt nicht allzu viel. Deswegen hast du ihn auch auf der 07 mit drauf. Genau. Mein Gott du weißt das selber. Wann soll ich das alles fahren. Was hast du für einen Anlass einen 32B Passat zu fahren. Außer weil du ihn halt magst. Aber wenn ich jetzt Sonntag bei schönem Wetter eine Ausfahrt machen will, dann nehme ich doch eher den Caddy oder so. Aber trotzdem. Klaus ist unser Liebling. Der nächste Wagen ist eigentlich so das was du komplett anders vorgestellt hast oder? Ja. Ich wollte immer einen E30 Touring haben. E30 war nie so meins ehrlich gesagt. Aber den E30 Touring wollte ich schon immer meinen haben. Und wenn dann will man natürlich am liebsten Sechszylinder. Ist ja klar. Und dann hat sich der angeboten. 325iX. Also Allrad. Super selten sind nur ich glaube 1600 Stück von produziert worden. Und natürlich auch nicht mehr viele übrig. Weil viele als Wetterautos verholt. Und habe das Auto die ersten paar Mal gefahren und ich finde es ultrascheiße. Ich taug mir einfach nicht. An was liegt es? Ist mir zu klein. Ist mir zu laut. Ist mir zu... Der ist super lang übersetzt. Also du musst den so herstiefeln, dass der ein bisschen vorwärts geht. Und ich meine auf Strecke mag das super geil sein. Aber das haben ja die M20 Motoren so an sich. Dass die erst ab 4, 4 oder halbes ein bisschen munter werden sollen. Ja. Ich hatte vorher als Daily einen E34 520i. Da war das völlig in Ordnung. Aber ich habe mir hier einfach was anderes erwartet. Der 5er war auch nicht schnell. Aber auch nicht langweilig. Der ist so lang übersetzt. Du fährst im fünften Gang 100. Da dreht der 2. 2. 1. Und es ist einfach alles irgendwie so laut. Und so klein. Und so... Ne. 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 Da wäre es zur Diva. Ne. Das ist einfach nicht mein Ding. Vor zwei Jahren hatten wir einen Porsche 944. Okay. Das ist auch so ein Beispiel. Habe ich mir immer eingebildet. Habe mir ein US-Modell gekauft. In Rot. Relativ schlecht. Habe alles gemacht. Habe den komplett lackieren lassen. Volle Programm. Habe 8,5 und 10 mal 17 OZ Mito gefahren und so was. Und wir haben das Auto nur gekauft. Komplett restauriert quasi. Angemeldet. Dreimal gefahren. Scheiße. Okay. Stand hier in der Halle. Wunderschön. Superschönes Auto. Richtig geil. Geile Form. Die breiten Kotflügel und so was. Die Felgen drauf. Super geiles Auto. Super geiles Auto. Super geiles Auto. Bist eingestiegen. Bist gefahren. 5 Minuten. Nein. Keinen Bock mehr. Ja. Haben wir wieder verkauft. So mein persönlicher Favorit kommt jetzt. Muss ich sagen. Weil, also Square Body ist halt einfach geil. Und ich finde, jeder sollte einen Square Body haben irgendwie. Mindestens einen. Eigentlich so. War der so, hast du den so gekauft? Oder? Ich wollte, also ich hatte zwei Voraussetzungen. Ich wollte hoch und Allrad wollte ich haben. Und ich habe in Deutschland gesucht und ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich den auf Ebay USA gefunden. Der stand in Washington. Und ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht mit dem Import. Und dann habe ich mir hunderte Fotos schicken lassen. Der Typ hat einen super Eindruck gemacht. Und habe den dann quasi ungesehen aus Washington hierher bringen lassen. Also habe den gekauft. Ungesehen. Und er war fast so. Nur das Dekor habe ich gemacht. Deutschen TÜV, Umrüstung, bla bla bla. Aber er war so hoch. Er hatte die Reifen drauf. Das war alles so gesehen. Das ist ein 86er Allrad. 6 Zoll Suspension Lift. Also Aufhängung tatsächlich. 35 x 13,5 R15 Reifen. Okay. Voll krank. Das kriegst du eigentlich fast gar nicht. Also ich brauche jetzt dann irgendwann mal neue Reifen. Das ist ein ernsthaftes Problem. Das ist ein 3,50er. Also die mittlere Motorisierung quasi. Finde ich auch ganz cool. Ich wollte nur keinen 3,5er haben. Das ist schon sehr müde in einem Suburban. Ja. Absolut. Und ein 4,54. Meiner Meinung nach. Sauft wie Bürstenbinder. Sauft wie Sau. Geht ein Tick besser. Genau. Also brauche ich nicht. Ist ja nichts, als würde der nichts brauchen. Also das ist ja so schon utopisch. Das ist ja. Wenn du irgendwas vorne dran machen willst. Dann musst du am besten so ein Baustellengerüst fest. Mache ich dann auch immer. Nimm ich Baustellengerüst und dann kannst du da vernünftig reinladen. Weil du kannst ja nicht mal die Scheibe putzen. Das ist dann einfach Schluss. Das ist dann einfach Schluss. Ja. 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 Lustig ist auch, als wir das Auto gekriegt haben, war eine CD drin, relativ schwarzer Mucke. Haben wir noch nie rausgemacht, ist seitdem immer noch die erste CD drin. Teach me how, du Dagi und so ein Scheiß, weißt du, wenn du durch die Gegend fällst da eurem Teach me how, zu geil, noch nie die CD rausgemacht. Ja, TÜV war Challenge, muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube, das Problem kennen alle Armeefahrer, die da ein bisschen was importieren oder ohne TÜV Kaffee oder mit Title. Ja, es wird immer schwerer, es macht immer weniger Spaß, muss man ehrlich sagen, es wird immer immer schwieriger. Leider, ja. Aber es ist jetzt, die Fahrzeughöhe ist eingetragen, die Reifengröße ist eingetragen, relativ safe. Er hat Bahndorps, liegt ja zum Tailgate, zum Bahndorps. Dritte Sitzbank habe ich auch, liegt zu Hause. Wenn du hier vorne die Rücksitzbank noch umklappst, 2,40 m x 1,40 m gerade Liegefläche. Das einzige Ding ist, ich meine, das ist ein Truck, weißt du. Der muss meiner Meinung nach nicht perfekt sein. Nee, absolut nicht. Der darf ein bisschen kacke aussehen, das ist mir alles wurscht bei so einem Auto. Aber es pisst halt volle Kanone rein. Echt, oder? Ja, voll. Bei jedem Fenster, also wir waren in USCC Dresden und es hat drei Tage durchgeschifft. Bei jedem Fenster läuft, irgendwann kommt das Wasser rein. Irgendwann ist einfach die ganze Matratze nass, das ist einfach so. Also auch nicht besser wie der Zelt eigentlich, so aus Kindheitstagen. Ja, genau. Dauert auch ein bisschen, bis es ins Zelt reinläuft. Hier auch, es läuft nicht sofort rein, aber irgendwann kommt es. Mit dem habe ich auch im Winter, hatten wir den Winter richtig krass Schnee, einen halben Meter ungefähr. Im Januar habe ich eine 20 Meter Leine genommen, Schleppleine, habe ein Kumpel mit Skiern hinterher gezogen. Sind wir vier Stunden bei uns quer über die ganzen Felder geballert, mit einem halben Meter Schnee. Brutal festgefahren, Untersetzung rein, wieder raus, kein Problem. Über Felder gefahren, mein Kumpel hat gesagt, Hinterachsel einen halben Meter in der Luft, mit 85 Sachen über Feldwege geballert, er mit Skiern hintendran. Das spaßigste Erlebnis, was ich in der ganzen Zeit hatte. Er hat dann irgendwann gefragt, willst du auch mal, ich kann ja auch mal fahren. Mir macht das Fahren so viel Spaß, ich will gar nicht. Alles gut. Und das hat echt, das hat so Laune gemacht. Lustig bei dem Auto ist, ich glaube, dass ich zehn Leute habe oder so, die alle sagen, ja, wenn du den mal verkaufst, dann sagst du Bescheid. Wenn ich den verkaufen will, dann schwöre ich dir, kauft den davon keiner. Weil es ist alles, weißt du, wenn du das Auto mal so stehen siehst und so, ist das alles cool. Wenn es aber darum geht, dieses Auto zu kaufen, dann kommt, ja, aber hier ist ja schon, und da hinten hat er ja auch eine Beule und, ja, hm, kaufen, hm, die finden den alle cool. Jeder feiert dieses Auto. Aber kaufen, das ist immer dann das große Thema. Ist meiner Meinung nach eine andere Baustelle. Das ist richtig, ja, absolut. Aber ein geiles Ding, absolut geil. Ja, macht auch wirklich Spaß. Und was halt einfach, ich weiß nicht, das ist so zeitlos schön. Das ist wie bei den G20-Vans, die Front. Das ist so, das ist einfach so zeitlos einfach. Das ist total geil. Ja, den habe ich, wie gesagt, damals dann direkt aus Washington importiert. War dann wirklich positiv überrascht, war besser als ich erhofft hatte. Hab dann mit meinem Polierer zusammen die Streifen gemacht, weil der war komplett rot und das war mir ein bisschen zu langweilig. Und dann haben wir uns das so ein bisschen vom Squarebody Syndikat abgeschaut. Und dann haben wir das halt hier umgesetzt. Gefällt mir auch immer noch ganz gut. Ja, kann man echt auch schauen. Vor allem mit dem, ja, beige Eierschalenfarben. Passt halt super zusammen. Ist halt eigentlich total 70er, 80er. Ja. Passt halt total in die Zeit einfach. Genau. Was ich auch voll geil finde, die Gitter über den Scheinwerfer. Ja. So Kleinigkeiten einfach, weißt. Das ist so eine, das ist so eine Fakio-Karre einfach. Das ist, da wenn wir auf dem Treffen sind und du hast Bock, dich auf die Motorhaube zu setzen, dann machst du es einfach. Da brauchst du gar nicht nachdenken. Habe ich irgendwo einen Knopf? Ja, Alter. Und wenn. Das ist so ein Therapieauto. Du kannst damit einfach Spaß haben, ohne groß darauf aufpassen zu müssen. Das stimmt. Und das genieße ich schon mit dem Auto. Ja du, pass auf. Wir haben ein schönes Wetter. Na ja. Wir könnten mal unten ran. Das hat mich jetzt schon interessiert. Wenn du ein bisschen hüpfen willst, kann man das schon machen. Ja, sehr gern. Wir waren auf so einem Viertelmeine-Event damit. Ja. Wir sind gegen den Dodge Ram gefahren. Du bist auf Viertelmeine mit dem Ding. Echt, oder? Und der erste Gang, das geht sogar. Das Problem ist nur, wenn er dann schaltet, dann bricht er natürlich komplett ein. Aber im ersten Gang zieht er gar nicht so schlecht durch. Das ist echt in Ordnung. Nur beim Schalten, da bricht er halt dann komplett ein, dann war er weg. Aber so ein Ram V8, ich weiß nicht, was das für eine Baureihe war. Ich sag jetzt mal Baujahr, irgendwas um die 2000er, oder? Also wirklich weggekommen ist er uns nicht. Okay. Darf man gar nicht erwarten? Nee, gar nicht. Also für so einen kleinen 350er ist das schon gut die Leistung dann? Kraft hat er null. Aber der erste Gang, dass die Gänge sind einfach sinnvoll übersetzt. Als wir im Winter diese Allradtour gemacht haben, der Allrad, der hüpfte immer aus, habe ich dann ein Spangold hier an mir mit der Konsole gebunden. Und habe den Schalthebel praktisch nach hinten gebunden, damit der Allrad drin bleibt. Einwandfrei funktionieren. Schön ist auch, du brauchst dir gar keine Gedanken machen, wenn dir einer entgegenkommt oder so, weil die weiten alle von sich aus aus. Ach, da passen wir nicht durch. Doch, doch, die fahren schon weg. Das geht schon. Von dem Ding hat einfach jeder Angst, wenn dir der entgegenkommt. Und dann stehst du an der Ampel neben so einem Q7-Fahrer. Weißt du? Der denkt, er hat einen großen SUV. Und dann stehst du neben so einem Q7-Fahrer hier so, guckst so runter und er guckt so hoch. So 7,5 Tonnen, das ist so deine Augenhöhe tatsächlich. 2,10 Meter Daffel. Alles scheppert. Alles klappert. Alles klappert. Legende Daffel. Zu der Anenda wird, das Konzentriert oder so kommen, mit der Stärke. Oh, Alter! Oh, das war jetzt sicher. Ich bin ja ganz schrecklich dabei fahren. Ich bin ja auch ganz schrecklich. Das war ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also unter normalen Mostständen nicht, oder wenn jemand Kreise gebaut, so wie ich jetzt, dann bin ich auch ein ganz schlechter Beißer. Wieder zurück bei dir in der Werkstatt. Alles erledigt. Alles abgearbeitet. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Martin, ich sage vielen Dank. Sehr gerne. War echt ein cooler Tag. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles klar. Super. Auf jeden Fall. 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 Musik Musik Musik